Hallo zusammen, werte Freunde des langsamen Gameplayers, herzlich willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. So, ja, wir warten jetzt irgendwie alle auf den Patch 1.3.0, in dem soll es ja endlich dann auch eine Speicher- und Bänden-Funktion geben. Und die deutsche Sprachsynchronisation soll irgendwie überarbeitet worden sein. Und es gibt wohl mit vielen oder mit einigen Quest-Problemen. Ich habe zum Glück ja noch keine gehabt, aber es kann natürlich sein, dass die nächste Quest gleich zu so einem Problem führt. Und die sollen auch geändert worden sein. Das hat mich jetzt erstmal nur eine einzige Folge auf. Wir haben jetzt Donnerstagabend und die Folge kommt Samstag halt. Jo, das machen wir doch mal. Und ich hoffe mal, dass es da jetzt irgendwie am Wochenende, also es soll diese Woche so ein Update kommen. Aber mal gucken. So, wir gehen jetzt zu Rotschopf hin. Übrigens hat man mir verraten, nachträglich, das war ganz gut, dass ich die Banditen hier gekillt habe. Also halbwegs schnell, weil wenn ich das nicht geschafft hätte, dann hätten die wirklich irgendwann Rotschopf getötet. Das ist also quasi eine Art zeitbasierte Quest gewesen. Ja, und so wird er ja wohl hoffentlich noch leben. Ich würde ohne mich gerne, eigentlich würde ich ganz gerne mal ohne Aufnahme meine ganzen Sachen verkaufen, baden, auch die blutigen Sachen waschen und auch die verkaufen. Dafür muss ich aber irgendwie so einen Tag rechnen oder vielleicht anderthalb Tage und die kann ich jetzt nicht investieren, weil ich müsste schnell reisen, recht weit weg. Das dauert halt, wieder zurückreisen. Wer weiß, ob Rotschopf dann noch, vielleicht stirbt er ja auch von alleine, ich weiß es nicht. Das ist halt ein bisschen doof gerade. Und wenn ich das hier erledigt habe und ich das Gefühl habe, da kommt keine zeitabhängige Quest mehr, müssen wir uns unbedingt um die Hochzeit kümmern. Also das sind so die Sachen, die jetzt anstehen. Das bedeutet, ich schätze mal, ich schätze einfach mal, dass ich erst die Hochzeitquest mache und dann kann ich mich mal um, gibt es einen besseren Weg hin? Und dann kann ich mich mal um meine Kiste kümmern. Aber vorher halt nicht. Das möchte ich auf jeden Fall machen. So, ich bedanke mich für die Hinweise auf die Misteln. Ich kenne eigentlich nur Mistelzweige hier, wo sich dann verliebte Pärchen dann drunter küssen sollen. Und ja, den Hinweis mit Miraculix, klar, logisch. Ja, vom Miraculix kennt man natürlich Mistelzweige, das stimmt. Sehr schön. Ich wusste aber offengestanden auch nicht, Stadtkind, dass die jetzt so wirklich wachsen, so wie das hier aussieht. Dann gucken wir, das ist ein direkt Unfall. Ja, dann ist es schön, den gucken wir uns gleich ein andermal an. Man läuft ja Gefahr, dass hier immer noch Banditen sind. Wir versuchen hier mal mit dem Pferd durchzukommen. Wer weiß, was sich hier noch so alles rumtreibt. Irgendwo hier führt mich die Spur ja hin hier, zur Rotschopf. Mal gucken. Ich bleib mal lieber auf dem Pferd. Kann vielleicht nicht schaden. Wie weit soll es denn noch sein? Ja, nicht mehr so weit. Mal schauen. Er hat sich ja gut hier versteckt. Wo soll er denn sein? Ist hier ein Brummhaus oder sowas? Das sind der Klara. Okay, Moment. Eben X absteigen. Ah, hier geht doch ein Trampelfahrt rein. Wo ist der Eingang zu dem Lager? Oh, Fliegenpilz. Den nehmen wir mit. Da kann man sich bestimmt irgendwie einen tollen Giftdrank irgendwie draus machen. Oh, ich will Hunde. Äh, ich mach mal ein Foto. So. Rotschopf. Da, schau her. Ich bin unschuldig. Ich hätte gar nichts tun können. Ich war wie erstarrt. Konnte nicht mal den Mund aufmachen. Kein Sterbenswörtchen konnte ich sagen. Die hätten mich kalt gemacht, wenn ich gesungen hätte. Ich hätte nichts tun können. Ich bin unschuldig. Okay, du verteidest dich ja schon mal ganz großflächig von vorne. Oh Gott, war das eine mühsame Suche. Ja, das stimmt. Was willst du von mir? Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Wieso bist du geflohen? Wo sind deine Spießgesellen? Und warum hast du den Banditen getötet? Was? Jetzt bin ich mal gespannt. Gut, eins nach dem anderen. Der hatte aber auch einen sehr ängstlichen Eindruck. Weshalb bist du weggelaufen? Wo steckt man eine Spießgene? Okay, gut. Wieso hattest du es so eilig zu fliehen? Weil ich dachte, dass sie zurückkommen und mich töten. Wer? Na, diese Banditen natürlich. Um sich für die Ermordung ihres Freundes zu rächen? Ermordung? Ich... Ich hab keinen getötet. Gott ist mein Zeuge. Hm. Also kein guter Zeuge. Ich suche deine Spießgesellen. Wo sind sie? Die Köhler? Die sind drüben beim... Nicht die verfluchten Köhler. Ich meine deine Räuberfreunde. Das sind nicht meine Freunde. Die hätten mich fast getötet. Hab einen erkannt und dachte, sie kommen zurück und... Erkannt? Wen? Rede! Ich... Warum hast du den Banditen getötet? Fragen wir mal noch mal. Warum hast du den Banditen getötet? Welchen Banditen? Ich hab niemanden getötet. Das gehört dir, oder? Hab ich beim Gestüt aus einem toten Banditen gezogen. Ist mein Hufkratzer aber. Erstochen hab ich keinen. Dieser Kerl nahm ihn mir weg. Welcher Kerl? Der hinkt, ne? Weiß nicht, wie er heißt. Aber er ist aus U-Schütze und humpelt. Der hinkt. Er hinkt da aus U-Schütze. Das ist nicht viel, aber es wird wohl reichen. Naja. Der wird sich ja vielleicht finden. Hab nie mit ihm geredet. Wenn er nicht über spontane Selbstheilung verfügt. Jetzt erzähl mir genau, was passiert ist. Und lass nichts aus. Das ist eine lange Geschichte. Ja, Tim. Hallo? Erzähl mir. Ich langweile mich nicht. Nee, ich mich auch nicht. Ich wachte mitten in der Nacht auf, weil ich pissen musste. Also bin ich wie immer im Dunkeln nach draußen. Nur war da was, das dort nicht sein sollte. Zuerst dachte ich, es wäre nur ein Lichtspiel. War es aber nicht. Und dann war es zu spät. Sie liefen an mir vorbei. Ich dachte, es sind Pferdediebe. Ich wollte schreien, aber hatte Angst, dass sie mich töten. Ich wartete, bis sie weg waren und schlich mich davon. Doch dann... Begann das Gemetzel? Genau. Ich dachte, sie würden die Pferde stehlen und wegreiten. Aber dann begann sie, die Leute abzuschlachten und Feuer zu legen. Und es war schrecklich. Die Hölle auf Erden. Und dann? Es schien mir, als ob es einigen von ihnen auch nicht gefiel. Sie begannen zu streiten und ein paar rannten dorthin zurück, wo sie hergekommen waren. Direkt auf mich zu. Und ich hatte einen Hufkratzer in der Hand. Also hast du den ersten abgestochen? Nein, nein. Er rannte mich über den Haufen und ich fiel zu Boden. Für jemanden mit einem Hinkebein war er ganz schön schnell. Er sagte, ich soll mich verstecken, wenn mir mein Leben lieb ist. Dann hat er sich davon gemacht. Ich tat wie geheißen und versteckte mich. Dann lief der Rest der Bande vorbei. Und dann? Ich hielt mich weiterhin versteckt, falls der Hinkende aus U-Schütze zurückkommt. Als ich mich endlich hervortraute, war es schon fast hell. Was ist mit den anderen? Ist dir irgendetwas aufgefallen? Weiß nicht. Es könnten acht gewesen sein. Und zwei waren richtige Brocken. An mehr erinnere ich mich nicht. Weißt du, worüber sie sich stritten? Ich habe nicht alles gehört, aber ich schätze, einige von ihnen wollten nur stehlen und niemanden töten. Das ist anzunehmen. Vielleicht mit dem Hinkebein auch, weil er sagte, er versteckt dich irgendwie. Es ist ja... Klingt furchtbar. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Hätte ich doch geschrien. Vielleicht... Hättest du geschrien, wärst du jetzt tot. Und genützt hätte es sowieso nichts. Trotzdem. Sehe ich auch so. Du hättest nichts tun können. Okay. Das war alles. Ich weiß alles, was ich wissen wollte. Ich lasse dich in Frieden. Warte! Was ist mit mir? Würdest du mir helfen? Uff. Vielleicht. Worum geht es? Ich möchte zum Gestüt zurück. Aber die Halsaufschneider, die mich töten wollen, sind noch irgendwo... Hilfst du mir? Ich bin ihnen begegnet und habe sie aus dem Weg geräumt. Ich würde sagen, es ist doch geklärt, ja. Das ist toll. Ja, ja, das ist toll. Aber was? Ich habe Angst, zum Gestüt zurückzukehren. Immerhin bin ich weggelaufen und Gott weiß, was sie davon halten. Ob sie hier wieder mit mir reden? Geh einfach hin, schau, was passiert. Ich könnte sie fragen. Ich könnte sie fragen, wenn es dir wichtig ist. Das würdest du tun? Ihren Respekt hast du bestimmt. Immerhin hast du die Schurken erledigt. Okay. Spiel gespeichert. Gibt es hier noch was zu looten? Schlossknacken leicht. Das kann ich jetzt aber nicht machen. Können wir da hin... Ja, da können wir schnell reisen. Das machen wir aber auf dem Pferd. Pferd? Ach, habe ich dich da abgestellt? Okay, aufsitzen. Und dann wollen wir jetzt mal schnell reisen. Das wäre ich mir gerade lieber. Ich habe es ein bisschen eiliger. Ich werde nicht jedes Mal schnell reisen, aber ich bin jetzt erstmal genug die Wälder geritten. als dass ich das jetzt ganz gerne, wenn es irgendwie geht, überspringen würde. Ich will mich dann ja auch um die Hochzeitsquest kümmern. Und wir müssen dann auch nach U-Schütze und sowas. Ein Wanderer. Untersuchung. Die Textungen können auch ein bisschen schneller landen, ne? So. Bist du wieder so ein Rätselgeber? Mutloser Ritter. Na gucken, mal gucken, was der so will. Was ist denn? Also ich... Ich fordere dich zum Duell, mein Herr. Was? Was? Du hast mich gehört. Winde dich gar nicht erst heraus. Auf, auf! Was soll das? Ich pflege gewöhnlich nicht mit der hergelaufenen Gesellen von der Straße bis zum Tode zu kämpfen. Sag mir erst, was das soll. Ganz einfach. Ich fordere dich zum Duell, du... Abscheulicher... Mann. Ich speie in dein Angesicht. Ganz schön eifrig, was? Wer bist du überhaupt? Das ist ja klasse. Ich bin Herr Olbram von Lusin. Erfreut dich kennenzulernen, Herr Olbram. Also, was soll das? Meine Mutter schickte mich aus, um Erfahrungen zu sammeln. Sie ist besessen vom höfischen Rittertum. Ich soll eine Jungfrau suchen und sie retten. Und Ruhm im Kampf versammeln. Doch ich muss zugeben, ich bin nicht sehr gut. Oh Mann, wozu ein Duell? Das ist Schwachsinn. Wieso fängst du mir die Jungfrau an? Genau. Hör mal, so ein Duell ist ja schön und gut. Aber solltest du nicht lieber erst nach einer Jungfrau suchen? Ein oder zwei Mädchen hier in der Gegend sind sicher noch unberührt. Darauf wäre ich nie gekommen. Wenn das erledigt ist, siehst du Duelle in einem anderen Licht. Für wahr. Wenn ich für die Liebe kämpfe, wird mein Mut grenzenlos sein. Ja, bin sicher. So meinte ich das eigentlich nicht, aber sei's drum. Danke für deine ermutigenden Worte. Sehr gerne. Stets zu Diensten, mein Herr. Ich finde das klasse. Ich hoffe, ein guter Christenmensch bestattet mich anständig. Ich will nicht, dass mir die Raben das Fleisch vom Leib fressen. Ich finde das einfach klasse, wie man durch die Dialoge die Sachen ganz anders ausgehen lassen kann. Es ist einfach nur spitze, finde ich. Das ist noch ein Geschenk. Aber wir wollen ja da hin. Neuhof. Sehr lustig. Finde ich echt unterhaltsam. Diese zufälligen Begegnungen. Komm, den gucken wir uns auch nochmal an. Ich komme aber auch nicht da an, wo ich ja ankommen will. Ich merke schon, das ist ein Problem. Ein Bettelweib. Okay. Was ist passiert? Der Bauer hat mich und die Kleine vor die Tür gesetzt, der Hund Zwott. Er hat sie gezeugt und uns rausgeworfen, dass seine Alte ihm nicht die Augen auskratzt. So bettle ich hier am Wegesrand. Nichts ist mir geblieben. Zeig milde, guter Herr. Kannst du helfen, Herr? Ein paar Münzen? Sie jagen mich aus dem Dorf. Aber wenn ich dem Händler ein, zwei Groschen mitbringe, verkauft er mir sicher was zu essen. Ich würde gerne etwas geben. Ich bin auch am 5 Groschen geben. Warum schließt du nicht den Flüchtlingen gerade high an? Dann geht es doch aber auch nicht besser. Etwas zu essen geben. 5 Groschen geben. Ach komm, wir geben ja 5 Groschen. Bitte sehr. Möge Gott dich für deine Güte belohnen. Komm, die 5 Groschen, die tun uns nicht weh. Was machen wir nochmal? Aber beim nächsten Händler wieder falsch und jammern. Ich weiß, das sind die Richtigen. Aber die Händler sind doch die bösen Kapitalistenschweine. Das ist doch das Problem. Ja, ich hoffe, dass der Patch vielleicht jetzt am Freitag kommt. Das wäre sehr schön irgendwie. Ich wollte trotzdem schon mal so eine Sicherheitsaufnahme im Petto haben, dass ich da nicht am letzten Tag erst irgendwie bei muss. Ja, den kann ich dann hier ansprechen. Zora. Gott sei mit dir, Heinrich. Guten Tag, Zora. Heinrich kommt uns besuchen. Ja, Heinrich kommt zurück. Ich möchte ein Pferd kaufen. Würdest du Rotschopf wieder aufnehmen? Ich habe Rotschopf gefunden. Er bat mich zu fragen, ob du ihn wieder aufnimmst. Und warum sollte ich? Er könnte schuld am Tod meines Mannes sein. Was? Weshalb sollte er sonst geflohen sein? Er hat nichts getan. Die Männer sagten, er war nicht im Bett. Er hatte sicher kein reines Gewissen, weil er den Halunken ein Zeichen gab. Nein. Er floh, weil ihn einer der Angreifer erkannte und er fürchtete, dass der zurückkommen und ihn töten würde. Alles nur Ausreden. Das würde der Angreifer nicht wagen. Aber sie kehrten am selben Tag zurück. Wäre er nicht geflohen, hätten sie ihn und alle anderen getötet. Wieso hätten sie das tun sollen? Wieso nicht? Sie hatten bereits einige ermordet. Wieso nicht ein paar mehr? Und ich soll ihn jetzt wieder aufnehmen? Was, wenn sie wegen ihm zurückkommen und dabei eine meiner Töchter töten? Die zwei Halunken, die ihn verfolgten, sind tot. Und die anderen haben keinen Grund zurückzukehren. Und das stimmt. Einigen wir uns. Ich bringe ihn ungern eine schlechte Kunde. Einigen wir uns. Ich verstehe deine Bedenken. Bitte doch Herrn Hanusch darum, hier eine Wache zu postieren. Ein paar Stallburschen mögen die Banditen angreifen. Einen bewaffneten Mann kaum. Mir wäre sehr viel wohler, wenn jemand ein paar Tage Wache halten würde. Dann kann er es auch nicht. Dafür kann gesorgt werden. Herr Bernhard hat sicher nichts dagegen. Nun gut. Rutschopf darf zurückkommen. Schön. Och nein. Ich muss jetzt echt zu dem Typen zurück? Oh. Da habe ich jetzt aber auch echt keinen. Das kann aber auch warten, muss ich sagen. Oder? Müssen wir mit ihm reden? Nee. Irgendwo da lang. Da ist er. Ja. Und was, wenn die Banditen dir den Garaus gemacht hätten? Wir hätten dich nie gefunden, da du keinem erzählt hast, wo du warst. Ja. Wie hätte ich das Herrn Ratz sich erklären sollen? Ich weiß es nicht, Herr. Er verschwand ohne ein Sterbenswörtchen. Es kam mir nicht in den Sinn, dass er unbedingt sterben wollte. Ich. Ich. Schweig. Halt dein ignorantes Mundwerk, wenn ich dich mit der Weisheit eines Veteranen betraue. Ui. Die Weisheit. Du wirst tun, was ich sage. Nur reden, wenn ich es erlaube. Und aufhören, nach Lust und Laune umherzuwandern. Ja, Lein. Ich würde ja deinen Arsch zurück zur Burg schleifen, um dich loszuwerden. Aber du bist ein verdammter Bauer, der nichts vom Kriegshandwerk versteht. Und ich soll einen Krieger aus dir machen. Und damit bin ich noch nicht fertig. Gnade dir Gott, wenn du so etwas nochmal machst. Mit Glück wirst du nur ausgepeitscht und landest am Pranger. Wenn es nach mir ginge, würde man dich als Deserteur hängen. Ich hoffe, das ist so ein für alle Mal geklärt. Und jetzt, lass hören, was du zu berichten hast. Er ist immer noch scheiße, auf uns zu sprechen. Also so richtig schlecht. Er weiß, wer... Ich weiß, wer noch... Ich habe von Rochop erfahren, was geschehen ist. Dann raus damit! Rochop floh, weil er einen der Banditen erkannte und fürchtete, dass sie zurückkommen, um ihn zu töten. Nun, er hatte recht. Sie haben nach ihm gefragt. Wen hat er erkannt? Seinen Namen wusste er nicht. Einen hinkenden Kerl aus U-Schütze. Gut. Da du schon so weit gekommen bist, kannst du dich auch in U-Schütze umhören. Wir haben hier genug zu tun. Herr Ratzig wird dir mehr dazu sagen. Er will dich sehen. Also los, wenn du noch nicht bei ihm warst. Nee, war ich noch nicht. Okay, Gespräch beenden. Ich will jetzt auch gar nichts anderes an Seitenquests von ihm annehmen gerade. Wir gehen jetzt nur noch zu ihm hier hin und dann betrachten wir das jetzt erstmals erledigt. Und Rotschopf können wir irgendwann mal erzählen, dass er wieder zurückkommen darf. Ah, Redekunst. Neue Stufe. Sehr schön. Verdammt. Wieso weckst du mich? Soll schlafen in der Wand gestanden? Das ist ja interessant. Mein Herr, ich konnte eine Spur finden, die zu den Banditen führt. Ausgezeichnet. Bernhard berichtete mir bereits davon, aber ich möchte es aus deinem Munde hören. Ach, das möchte ich wissen, wie er das geschafft hat. Die Kurzfassung. Ich konnte den Stallburschen aufspüren, der voller Angst geflohen war. Aus gutem Grund. Er brachte mich auf die Fährte eines hinkenden Bauern aus U-Schütze. Sein Name? Der Bursche kennt ihn nur vom Sehen. Aber wenn ich mich umhöre, kennt bestimmt irgendjemand einen hinkenden Kerl mit zwielichtigen Freunden. Dörfler Liebenklatsch. Und wenn er nicht dort ist? Er könnte geflohen sein, vielleicht sogar nach Kuttenberg. Wenn er nicht in U-Schütze ist, höre ich mich um. Irgendjemand wird etwas wissen. Gut, dann brich nach U-Schütze auf. Finde diesen hinkenden Banditen und presse die Namen der anderen aus ihm raus. Sie müssen für ihre Taten büßen. Ich will sie hängen sehen. Bring ihn zu mir nach Merhojet und ich entscheide über sein Schicksal. Turma. Hat ja Zeit, ne? Denke ich mir. Sehr schön. Weshalb nach Merhojet? Weshalb nach Merhojet? Es liegt im Zentrum der Ereignisse, nicht wahr? Außerdem befindet sich dort ein weiteres Gestüt. Herr, glaubst du, sie werden das noch einmal tun? Das bezweifle ich. Alle sind jetzt in Alarmbereitschaft. Die abgelegenen Dörfer sind leichtere Ziele. Dort leben nur wenige Menschen, die auf ein großes Gebiet verstreut sind und wir können nicht alle beschützen. Aber dort werden die Banditen kaum Silber vorfinden. Das stimmt. Ein, zwei Groschen finden sich immer. Und etwas Essbares. Außerdem, wie viel Silber hat ihnen das Abschlachten der Pferde eingebracht? Ja, gar nichts. Sie hätten sie stehlen und verkaufen können. Das waren gute Tiere. Richtig. Es geht also nicht um Silber, sondern um etwas anderes. Aber um was? Um Angst. Sie wollen Angst schüren, damit niemand einen Mucks macht oder die Hand gegen sie erhebt, wenn sie kommen, um zu morden. Angst, die einen erstarren lässt. So wie ein Hase im Angesicht eines Habichts erstarrt. Unfähig, etwas gegen den drohenden Todesstoß zu unternehmen. Es gibt Neuigkeiten über die Untersuchung? Ja, gibt es das? Ich habe Neuigkeiten über die Untersuchung, Herr. Gut. Sprich. Ich habe noch nichts in Erfahrung gebracht, Herr. Strenge dich ein bisschen an, Junge. Frag die Leute und benutze deinen Kopf. Ja, ja, ja. Komm, kann man das ablesen? Gespräch beenden. So, spielgespeichert. Sehr schön. Zu Rotschopf kehre ich jetzt nicht zurück. Wir sollten, wir müssen einmal dahin. Und das vier ZTD-ADM abholen. Und wir sollen nach... Spüren die Danditen vom Überfall auf das Neufeuer. Hol dir den Schimmel aus, U-Schütze. Ähm, was ist denn jetzt mal näher? Wir reisen dahin mal eben schnell. Was essen könnte ich vielleicht langsamer wieder. Aber die... Oh Gott. Überfalle fliehen. Escape. Oh, hat geklappt. Cool. Ja, ich wollte jetzt nicht kämpfen. Hätte man natürlich auflauern, nicht einmischen. Auch nicht Misserfolg. Ja, auflauern. Beobachte die Zeit und greifst da richtig. Ne, ich lass mal. Ich hab jetzt gerade keine Lust, das mit dem Auflauern auch so probieren. Echt nicht. Hm. Das sind der Knäst. Echt? Okay. Kann man sich ja mal angucken. Ähm, wir müssen... Oh. Ah, Schichtstand. Ja, nach Bä müssen wir. Nach Bä. Da ist Bä. Bä ist da. Moment, wo gehen wir denn da am besten durch? Ja, andersrum, ne? Da müssen wir jetzt hingaloppieren. Geht vielleicht auch ohne Essen. Und da wird ja auch eine andere Stadt sein, wo wir hinreiten. Und dann passt das schon. So, helfe mir doch jemand. Halte den tief. Hier steckt die Waffe weg, bevor dich eine Wache sieht. Ich merke ich mir. Du bist erledigt, Hunsford. Könnte ich da jetzt reingreifen oder nicht? Ich bin hier drüben. Ich weiß nicht. Soll ich da helfen? Mehr hast du nicht drauf? Jetzt kann ich aber ein Schwert nehmen, oder? Wir nehmen einfach mal ein Schwert. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich es besser gemacht habe, ne? Das umbringen wollte ich Ihnen jetzt auch nicht. Erklärt das bitte untereinander, ne? Was zur Hölle war das? Ja, ich weiß es auch nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Das war irgendwie, das war so komplett überflüssig gerade, was ich da gemacht habe. Naja, will ich mir auch sagen. Ja, habe ich. Ich, auf dem Gestalt war ich jetzt nicht sicher, ob das jetzt wirklich ein Überfall war. So, was gescriptet ist irgendwie, wo man was hätte gut machen können oder so. Oh, ich weiß es nicht. Coole Frage, halt ich, ne? Geben wir dem Pferd mal ein bisschen Verschnaufpause. Hier gibt es auch keine Wege mehr, ne? Ah, rechts ist eine Straße. Sollten wir die wohl nehmen? Ah, da wurde wieder jemand aufgeknöpft. Schau an. Ah, sauer, sauer, Wälder. So, ich lasse das Pferd jetzt gerade mal alleine reiten. Das behält ja den Weg ganz gut bei. Ähm, verdammt. Heute hier bin ich jetzt nicht lang. Gut, das kann das Pferd ja nicht an, dass ich links abbiegen will. Ja. Und wo lang jetzt? Okay. Was war das denn? Achso, nur eine Wolke. Das sieht ja hübsch aus hier, ne? Ich mag die Optik ja sehr, muss ich sagen. Die Optik mag ich ja sehr. Guck mal, da unten ist irgendwie, ähm, so ein beschauliches, äh, das ist ja hübsch hier. Dann machen wir doch mal ein Foto von. Sehr schön. Na, oder vielleicht mit Pferd drauf. Kann ja auch nicht schaden. So, ist gut. Was ist denn das hier? Zeigt uns gar nicht an, was wir da entdeckt haben. Ich vermute mal, dass wir hier weiter... Na, ich gucke mal lieber auf die Karte. Äh, nee, nicht so richtig. Ich sollte den anderen Weg nehmen. Dann kommen wir da wenigstens schon mal an. In dieser Folge noch. Das ist ja ganz gut. Aber ich wollte da jetzt doch möglichst fix hinreiten. Und nicht noch großartig, äh, Zeit verlieren. Weil ich nicht weiß, ähm, ihr habt mir geschrieben, dass die Hochzeitsquest schon... Zeitgebunden ist. Dass man allerdings schon recht viel Zeit damit hat. Danach kommen. Also es scheint wohl eine der ersten zeitgebundenen Quests zu sein. Und, ähm, später gibt es dann noch welche, wo man sich wirklich beeilen muss. Aber das zieht sich ja jetzt auch schon ein bisschen mit der Hochzeit hier. Deshalb möchte ich das wirklich nicht überstrapazieren hier. Äh, ja, gehen wir mal da unten. Da wird wahrscheinlich eine Brücke drüber sein. Oder ist ja größer hier der Ort, muss ich sagen. Da vorne wird es sicherlich irgendwie einen Überweg, einen Übergang geben. Denke ich mir. Ja, da ist ja schon eine Brücke. Sehr schön. Neue Stufe. Reiten. Sehr gut. So, wo müssen wir hin? Nein. Aber da bin ich mal gespannt. Weil das wird wahrscheinlich nicht so einfach sein, dieses DAD einfach für abzuholen. Wer weiß, vielleicht ist es geklaut. Ich kann mir vorstellen, dass, ähm, das hier auch nochmal mit einer Quest zusammenhängt. Meine Güte, die kennen mich ja überall. Krass. Ja. 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 Gehen wir mal hin. Die freuen sich ja so, dass sie mich sehen. Ja, hallo. Bist du blind, du Esel? Ach nee. Ach, Fritz und Matthäus. Ey, Fritz, hast du mal ein Dietrich für mich? Sagen wir mal guten Tag hier. Cool. Wer hat dir das gedacht? Die haben überlebt. Wie schön. Alte Freunde. Heinrich. Schön, dich zu sehen. Cool. Du lebst. Kennen wir uns? Fritz, ihr lebt. Was hast denn du gedacht? Ja. So leicht wirst du uns nicht los. Ihr glaubt nicht, wie froh ich bin, dass es euch beiden gut geht. Schon, aber wir kamen gerade so davon. Kennen wir uns ja auch mal lustig gesungen. Schlimm. Fritz rannte wie ein Mädchen. Wirklich? Bock, Mist. Blöder Witzbold. Erzähl, wie's dir so ergangen ist. Mich haben sie auch ordentlich erwischt. Erst in Ratai habe ich aufgehört, Sterne zu sehen. Du hast auch schon bessere Tage gesehen, was? Hm. Hm. Zurzeit bin ich Herrn Ratzichs Knappe. Ah, du hast dich nach oben gearbeitet. Ja. Und wie geht es euch beiden? Beschissen. Du sagst es. Wir sind immer noch zerfahren und schulden dem Kloster ein Vermögen. Und Arbeit gibt's auch keine. Nur Drecksarbeit für Leute mit nem Grips von nem Besenstiel. Weiß ich weiter nie, aber Zimmerer sind gefragt. Braucht denn niemand in Sasau gute Zimmerer? Sucht in Sasau niemand nach guten Zimmermännern? Niemand. Hm. Dabei suchen wir überall. Hey, dir kam nicht zufällig was zu Ohren. Es wäre jetzt gerade wirklich ein Segen. Gerade nicht, aber ich finde irgendwas für euch. Ich hab keine Zeit, so ich versuche euch zu helfen. Ja. Ich höre mich um, aber versprechen kann ich nichts. Danke, Heinrich. Hm? Wir werden uns erkenntlich zeigen, versprochen. Ja, gerne doch. Quest begonnen. Ein Freund in der Not. Bischofel Matthäus und Fritz Arbeit. Äh, was könnt ihr denn? Wo könnte ich Arbeit für euch finden? Überall, wo mit Holz hantiert wird. Schließlich haben wir als Zimmerer in der Mine gearbeitet. Aber den Gebäudebau kannst du vergessen. Nach Skarlitz wird keiner so schnell etwas bauen. Außer in Sasau. Aber da wollen sie uns nicht. Die besten Chancen hätten wir bei einer Mühle. Essen müssen die Leute immer. Ja, am liebsten wäre es uns, wenn die Arbeit gut bezahlt, aber nicht anstrengend ist. Ja, ja, natürlich. Das ist witzig. Wer außer uns hat noch überlebt? Johanka ist im Kloster untergekommen. Das Mädel hat uns sehr geholfen. Mehr wissen wir nicht. Als wir geflohen sind, haben wir Theresa geholfen. Aber wer weiß, wo sie jetzt steckt. Wir wurden getrennt. Eigentlich war ich das. Theresa hat mich gerettet. Ich habe Theresa gerettet. Das würde ich jetzt einfach mal so sehen, ja. Ich half ihr aus Gale zu fliehen. Sie wohnt bei ihrem Onkel in der Mühle von Ratai. Freut mich, dass sie lebt. Da du sie so gut kennst, könntest du sie ja fragen, ob sie weiß, wo es Arbeit gibt. Ja, das können wir natürlich mal machen. Hey, pass auf! Was denn? Die Leute heutzutage. Wo haben die mich denn hin verschleppt? Wir haben doch eben noch hier gestanden. Ist ja unheimlich. So. Da war doch ganz gut, dass ich da angehalten habe. Gut, dann lass uns hier mal rüber. Und mal eben ganz kurz nach den Joven gucken. Lange werde ich jetzt nicht mehr machen wissen. Bei 33 Minuten jetzt. Oh, oh, oh. Das hätte ich aber mit dem Kopf auch schief gehen können. Ja, wir steigen mal ab hier, ne? Wo müssen wir hin? Hier rein? Vielleicht öffnen. Kommt das hin? Oh, sieht so aus, ne? Komm mal rein. Oh, was kann man hier so klauen? Noch ist ja keiner hier. Schlossknacken leicht. Nichts, das einfach so offen rumsteht. Komm mal hier mal rein. Ähm. Und dann hier vielleicht? Nee. Nee, das war da schon richtig. Vielleicht im ersten Stock oder so. Ein bisschen, obwohl, nee. Ein bisschen merkwürdig. Gucken wir mal hier. Vielleicht ist hier offen. Ja, was stimmt denn hier nicht? Ich hole das Verzettel vom Meisterbetrieb in Sarsau ab. Nee, nee. Das ist schon hier. Wir gehen mal nach oben. Gucken, gucken wir mal nach. Ah ja, guck mal. Da oben ist doch jemand. Ah. Oh, hier könnte man nachts immer wieder kommen. Das könnte sich lohnen. Meister Jerome. Gut, sei mit dir. Die Herren von Talmberg schickt mich. Die Herren von Talmberg schickt mich. Sie möchte wissen, warum ihr Diadem noch nicht fertig ist. Wir tragen daran jedenfalls keine Schuld. Wir hatten einen großen Edelstein bestellt, der das Diadem ziehen sollte. Einen schönen Moldavid aus Südböhmen, der in Prag geschliffen wurde. Aber nun, ja. Kurz gesagt hat sich der werte Händler, Martin Vizek, der ihn aus Prag herbringen sollte, unterwegs wohl verirrt. Nein, der würde wohl ausgekündet. Der ist wie vom Erdboden verschluckt. Das wird Herren Stefanie nicht gefallen. Wir hätten hier einen Stein, womit wir den Moldavid ersetzen könnten. Aber bestimmt kannst sogar du erkennen, dass er einer noblen Vermehlung nicht würdig ist. Und auch nicht unserer gehobenen Handwerkskunst. Gäbe es doch nur jemanden, der den Moldavid aufspüren könnte. Ich glaube, was ist mit meinen Augen passiert? Das sieht ja übel aus. Kriege ich Angst vor mir. Natürlich, wir den Stein suchen. Warum ersetze den Stein? Nein, wir suchen den Stein. Warum fragst du nicht einfach? Ich mache mich auf die Suche. Sag mir, wo der Kerl zuletzt gesehen wurde. Dieser Kerl ist kein geringerer als der ehrbare Händler Martin Vizek. Ja, und der ist jetzt wahrscheinlich tot im Stamm geworden. Zuletzt wurde er westlich von hier gesichtet, als er die Sarsau entlang ritt und den Steg über die Furt passierte. Offenbar kam er nie hier in Sarsau an. Gut, ich werde ihn suchen. Aber inzwischen könnte er auch über alle Berge sein. Oder unter der Erde. Ich hoffe, ich kriege meine Augen bald wieder. Das ist ja creepy. Da kriegst du ja Angst bei. Habe ich noch was zu essen in der Tasche? Nahrung. Ne, die esse ich jetzt garantiert nicht. Sieht so aus, dass sollten wir uns erstmal was zu essen besorgen. Und ja, eigentlich nur was zu essen besorgen. Mal gucken, ob wir hier irgendwas kriegen. Bäcker. Stehen. Ne, man könnte ja ein bisschen was kaufen, oder? Beim Bäcker. Hey! Ja, warte, komm. Jetzt pup mich raus. Ich habe auch keine Augen mehr. Geht alles Zombies hier. Mich eingeschlossen. Hier muss ich noch was zu essen geben. Gerber. Stehen. Ne, ich will nicht einfach stehlen. Ich will was kaufen. Ist ja schwierig. Okay. Gut, ich speichere hier mal. Schnellreiseort haben wir hier auf jeden Fall jetzt. Und wir müssen da hin. Das machen wir aber dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Und dann, gut, im Gasthaus könnten wir vielleicht was essen. Ich kann hier nochmal kurz ein paar Meter rumlaufen. Vielleicht finde ich hier noch irgendwas, wo ich wirklich was zu essen kaufen kann. Das wäre ja irgendwie ganz praktisch. Weil ich gerade nichts mehr habe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Folge wieder. Das sind der Schnellreiseort. Okay, den hatte ich doch noch nicht entdeckt. Dann ist es vielleicht doch ganz gut, dass ich das jetzt gemacht habe. Und der Vorsteort. Den wird er doch jetzt wohl auch erforschen. Schleifstein. Oh, das ist gut. Ein Fleischer. Reden. Da kann ich doch bestimmt was kaufen. Das mache ich jetzt nochmal eben. So für mich offline. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Ich würde mich freuen. Beste Grüße. Macht's gut. Tschüss. Oh Gott, das will. Die haben alle keine Augen mehr. Ich geht's. Ich mache mal ein Foto davon. Okay. Bis dann. Tschüss.